Musik Hey ihr Lieben, einer der Hauptgründe warum ich Musik mache ist es um live zu spielen. Und genau das haben wir gemacht, die Band ist 22 Jahre geworden, 22 Jahre 650. Wir sind an den Ort des Geschehens zurückgekehrt, da wo alles angefangen hat, wo die Band sich gegründet hat. Ich habe die Kamera eingepackt und ihr könnt mit dabei sein. Los geht's! Musik 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 So, der liebe Mike, der erzählt jetzt mal so eine kleine Geschichte zu der Band. Ja komm Mike, leg los mein Lieber. Ich muss ein bisschen in die Vergangenheit zurückschweifen. Vor knapp 22 Jahren hat hier alles begonnen. Vor 22 Jahren ist der kleine Ort Vela Rode 650 Jahre alt geworden. Und damals wurde zur Festlichkeit, ist eine Band entstanden, nur für diesen Augenblick, nur für diesen Abend, wo sie gesagt haben, okay, wir wollen gerne Musik machen, wir wollen die Leute des Ortes begeistern. Ja, der Auftritt hat stattgefunden in meinem großen Festzelt mit 1.500 Leuten. Nach diesem Auftritt ist die Band wieder auseinandergebrochen, jeder ist seinen Weg gegangen. Und ein halbes Jahr später sagten sich die Gründer der Band, hey, habt ihr nicht Bock wieder Mucke zu machen, lass uns proben, lass uns zusammen sein, lass uns ein Bierchen trinken. Ja, und dann haben die hier oben in dieser Gaststätte zu Syro-Bahn in Bela Rode jeden Sonntag geprobt, ursprünglich eine Oli-Band. Ja, und dann rief mich auch mal mein Vater an, der ein Hechter an dieser Gaststätte war, und sagte, hey, hast du nicht Bock mal hochzukommen, hier spielen eine Band, hier proben die. Ich sag auch nicht, ich hab keinen Bock, es ist schon spät, aber ich komm mal hoch. Ja, kaum war ich hier oben, war ich dann auch, glaube ich, 10 Minuten später festes Mitglied dieser Band als Keyboarder. Ja, wir waren damals sechs Leute auf der Band, also dreimal Gitarre, einmal Bass, Schlagzeug, Keyboard und Gesang. Ja, und über die Jahre hinaus hat sich das Repertoire verändert, die Musikrichtung etwas verändert, aber auch das Personal geändert. Bei der ersten Zusammengruppe vor 22 Jahren hat Thorsten dabei schon, Gerd Hartegen, Erwin Spannknebel, Andrea Schmidt, Frank Hube, genau wie... Hä? Ein bisschen lauter. Frank Hube, okay, ich mach die Passage nochmal neu, kannst ja schneiden. Okay, ja, also wie gesagt, damals waren die Bandmitglieder Erwin Spannknebel, Gerd Hartegen, Andrea Schmidt, Frank Hube, Thorsten Abendröster, ja, ich. Und noch der Schuppmann als Sänger damals, der hatte da keine Lust mehr auf dieses Projekt, sodass wir jetzt sechs weitergemacht haben. Und da musste natürlich auch ein Name her, wir hatten die urigsten Vorstellungen von den Bandnamen und irgendwann kam mir auch die Idee, hey, das ist zur 650-Jahr-Feuer entschieden, oder entstanden der Bandname, oder ja gesagt, das Projekt. Und dann haben wir gesagt, hey, lass uns doch 650, und so ist der Name vor 22 Jahren entstanden, nach der Neugründung, wie gesagt, 2001. War noch Uwe noch da als Schlagzeuger tatsächlich, und Thorsten kam erst ein Jahr später dazu, sodass eigentlich nur Thorsten und ich von der Band übrig geblieben sind. Ja, und seither machen wir ja eigentlich keine Oldie-Musik mehr, sondern reine Popmusik, geht so ein bisschen in die Top 40 rein, und ich denke, dass auch jetzt die nächste Zeit mit JP viele eigene Songs am Start sein werden. Lasst euch überraschen, ich denke, wir werden noch eine gute Zeit haben. I really hope I remember how to play this. On a walk, so you see, on a train about from nowhere, I met up with a gambler. Hi guys, my name is JP, I am the front vocalist of the band 650 here in Kassel, Germany. Um, I have been living in Germany for just over a year now and played four to five gigs with the band. The band is celebrating their 22nd birthday this year in the year of 2022. And in this video, we are also showing you some clips that we took of the celebration party that we had. It was great fun, um, and yeah, we also had a little bit of beer afterwards, but, you know, joining with, with the band, we became one brotherhood. Um, so I come from South Africa, uh, stayed kind of all over the place until the last, uh, four years was in Cape Town. And then COVID happened, and we had to move back to Germany, obviously, because, you know, the social system and so on in SA does not function as well. Either way, I really appreciate the, the fact that, um, 650 asked me to join the band. Um, our first gig was successful. We had a blast and, uh, we would also maybe put some pictures on for you so that you can see what happened. And we unfortunately did not record the whole thing. So, um, I just want to say happy birthday to 650, and I hope that I can spend more, you know, birthdays with you guys, because it is really so, so, so much fun gigging with you and, you know, doing all of the things that we love to do with our passion. We'll be right back. So, guys, thank you so much for watching the vlog video that we posted for the 22nd anniversary of the band 650. I hope to see you at the next gig. Uh, if you want more information, go and check on the website for when and where we are playing. And also we are in the making of a new video as well for the future. So anyway, please click the subscribe button. And again, thank you guys so much for watching. Cheers.